Hallo und Willkommen zurück zu Palette 2. Wir spielen Forsteros auf Schwer. Dann müssen wir den noch auf Normal machen und dann haben wir die Reihe auch schon durch. So, das geht jetzt wieder rücki zucki. So, früher war das sogar noch so, dass man sich hinter der Tür hier verstecken konnte. So, geschafft. Alter, war aber schon... Der Balken war aber schon gut voll. Ja, eine Minute. So, dann machen wir den gleich noch einmal auf Normal und dann habe ich die Forsteros schon komplett durch. Das ist schön. Das freut mich. Weil Forsteros auch so ein Heist... Am Anfang ist ja sehr cool gewesen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch so großartig gespielt wird. Hoppala. Ob der überhaupt noch so großartig gespielt wird. Ob der überhaupt noch so großartig gespielt wird. Ah, Move the Hostage. Ah, ich kann sie durch die Wand aufstehen lassen. Das ist cool. So, zack. Gut, dann haben wir die nämlich auch schon durch. Ich guck grad mal. Dann habe ich bei Vlad auf Death Wish noch ein bisschen was vor mir. Escape available. Okay. 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 So, perfekt. Dann wäre das auch geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Es sind jetzt nur kurze Videos in letzter Zeit. So, das Ganze machen wir jetzt noch einmal auf Normal. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.